ja und auf geht's über den sound gegen den baum ich habe das gefühl meine mein charakter läuft schneller oder man hat sich an die geschwindigkeit gewöhnt ich glaube wir haben uns an die geschwindigkeit gewohnt nur ruhe hier und schon da einer so ein bisschen rumzündelt ich mag keine hunde aber da ist ein klopf so pass auf den messer ich mal nein den nicht ach ach so gut oh gott ich dachte das wäre so ein richtiger klopf so ne ne den würde ich nicht messern ja manchmal bin ich auch wenn du den messers aber im dunkeln sehen die sonst alle gleich aus wenn ihr so den ganz dicken also messer ist ich glaube da kannst du dir richtigen wolf säbeln so ist denn das hier ich bin bei mir ok oh du hast den ooo ooo ich habe ihn angelockt ja einen schönen super ok der hat es hinter sich ja habe ich es gelöst ja ja diese feuerteufel sind so flinke so das gefällt mir gar nicht ja man brennt ständig wenn man denen begegnet hm 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 diesmal sind sogar zwei endgegner wieder auf der karte ja hm 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 die ist wirklich gar nicht verkehrt also die hat zwar nichts ja die hat nicht so viel dampf aber ist schön leise ja die ist super um ziemlich unbemerkt sich zu bewegen kann man nur schön die zombies ausschalten absolut gut zum beispiel die hier ja das ist richtig gut und ich stehe quasi fast neben dir und man hört gar nichts hm aber die anderen hört man ja auch vorsicht oh nein ich glaube wir haben es schon gefunden ja das muss hier drin sein ja hier ist es ja aufgedeckt sehr gut sehr gut oh hast du geschossen ne Gegner weißt du von wo ja der ist äh scheiße der ist äh hinter dem ähm ähm Zaun wo ich durch wollte hinter dem Tor ist der gewesen au wieder alter ballert der so ich komm mal zu dir ich vermute mal dass der hinter mir hinterher läuft alter der hat mir über ein paar in den Arsch geschossen ey mein Mann Mann und das war so einer der hat ja eine Art Maschinengewehr gehabt habe ich das Gefühl gehabt ok ok aber wo ist der denn hin ey so ein Drecksack hm wirst du hier wollte ich ja durch dann hat er da irgendwie außer Versenkung geschossen ja ich hatte ihn draußen ich wollte ihn ja halt von der Seite flankieren und hatte ihn gesehen aber sonst könnten aber auch schon quasi so ist denn jetzt zu finden oder was ne ich bin eigentlich froh dass ich da weg gekommen bin aber ich muss mich mal löschen schießt du dran ne ich glaube der ist dann noch auf dem Gelände also quasi hinter dir sozusagen hm denn ist der schwamm mutig na gut dann können wir ja sag ich mal weiter oder ja die macht nur mal die schwamm mutig hier platt ja 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 oder gehen wir mal in die Richtung ne oh oder gehen wir mal in die Richtung ne konnte ich nicht sehen also ich glaube nicht dass er auf uns geschossen hat das natürlich gerne ich gucke mal versuchen wir hoch zu kommen ich glaube das ist auf dem gelände ich mache mal nix und warte mal eine kurze zeit der hoffnung dass er sich bewegt ich gucke mal so lange hier unten rein was gibt nicht wirklich hat man da hinten sind doch fässer das sind keine explosiven fässer ja komm bewegt dich schon du bist schon mal so ein dreck sagt er da rumkämmt ja vielleicht geht er aber auch in eine andere richtung ich meine sagt er, dass der kämmt, der auf dem hügel hockt genau, ja aber du hast schon einen so, ok, dann würde ich sagen gehen wir mal weiter, ne ja aber der hätte auf jeden Fall eine miese Waffe, ey dass der mich nicht getroffen hat, ist echt ein Wunder aber man fängt auch echt an, sich anders zu bewegen im Gelände wenn du dann irgendwie merkst, du siehst einen Schuss dann fängt man gleich an zu hüpfen oder zu springen ja aber jetzt gehen wir wieder in Richtung Schüsse, oder? ich vermute mal, dass die sich wahrscheinlich aufgeteilt haben ja es sind ja vielleicht mehrere teams hinweis aufgedeckt gibt es munition falls du brauchst ich habe eben schon eingesammelt kannst du ja an die im größten Raum auch noch was raus stimmt ja ja genau geklappt super bei den Komma mit zu meiner Kiste ne kriegst du da auch noch was raus hier ist auch noch was nun und die war ach hier ich sehe sie ah alles klar ne ne ist voll meine Munition oh das ist gleich hier drin und ich glaube da ist sogar dieser oh ja der entgegen ja soll man den machen oder ja mach mal ruhig sieht ganz gut aus so energie technisch und so na gut hier ist auf jeden Fall zu warte mal hinten kommt noch blödes Vieh dann lade ich hier nochmal nach hier ist auch nochmal Munition ich vermute mal müssen wir von hier oben wahrscheinlich rein ne das kann gut sein hier bin ich ja auch schon mal gestorben das war das war doch da wo ich so komisch anvisiert habe glaube ich ok jetzt geht's los der ist gleich links von dir ist er um oder hört sich ja gut an ist überlebt so ich bring ihn mal mit super so ich geb mir mal eine spritze so ich werde gleich mal eine dynamitstange ja gucken wir mal es passt irgendwie ist so schwer zu erwischen mit der dynamitstange auf mich wurde geschossen bist du sicher oder hast du dich vielleicht mit der dynamitstange selber erwischt das kann auch sein für mich nicht gut nein 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 oh shit ich komme mir nicht weg oh scheiße so ich lade hier erstmal nach mann 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 das Vieh ist echt ätzend ich verbinde mich mal kurz das kann aber wirklich die dynamitstange gewesen sein was ist denn jetzt hier das schweinchen das schweinchen mit dem langen beinchen ach da unten flackert ich hoffe er kommt hier auch gleich wieder hoch ich gehe mal nach unten ich riskiere es mal ist er bei dir oben oder ja ja wir haben ihn sehr gut jetzt kannst du ihn verbannt schlechter wird verbannt hast du noch spritzen oder soll ich dich verbinden ich habe noch außerdem wird man geheilt wenn man den verband super die anderen verbanden auch das ist doch gut dann haben wir vielleicht hier ruhe hier gibt es noch eine Mission das ist gut also müsste eigentlich noch was drin sein jo war noch was drin alter wie die fliegen hier rumfliegen ich sehe sie oh eine habe ich super ich warte mal ob einer hier ins Haus kommt er hat ihn wieder erlebt okay es sind wieder zwei so ich habe einen wieder scheiße der hat mich auch erwischt sind unten links an einer hütte und dann kannst du dir ein bisschen ablenken schießt mal da in die ecke warte mal weil der bewegt den immer wieder aber das war sehr gut er hat gesessen ich habe glaube ich habe ich glaube ich sehe ihn ja der hat mich auch schon wieder erwischt ich habe mich auch erwischt ich wurde auch umgelegt unten aber ich glaube ich habe einen auch erledigt der war jetzt war der links ja siehst du ja das lässt sich runterfallen oder so ja scheiße ich habe nichts mehr zum heilen ah Mist wenn du mich wieder belebst dann okay ist wahrscheinlich jetzt zu risikoreich dann könnte ich dich wieder heilen du siehst ihn auch nicht ne ne oh das Heilung rechts ja hab ich schon genommen ach ja stimmt wo ist er denn der Arsch ach du meine Fressen das ist echt blöd dann kann ich dich aber wiederbeleben wahrscheinlich komm schau ja ja gut ui 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 da musst du aufpassen der ist unten links hier ne aber ich will mich gleich mal verbinden dass ich da ist oben in der hütte ist oben in diesem turm wo ich rankomme und ihn eine fange reinwerfen kann so ich muss nochmal nachladen hier ich hoffe er denkt jetzt äh jetzt wo ich nachlade nicht mal rauskomme dass er mich getroffen hat schießt er noch unter nö kam nix mehr ah jetzt ja oh er hat mich ich verbinde mich nochmal so ich muss hier weg die muss immer noch in diesem scheiß turm da oben drin sein ja es war ich glaube ich habe ihn erwischt mit der Handgranate also mit der Mina hat sich so angehört ne ich gucke mal rein ich schmeiß noch so ein Ding rein ach ne kann ich nicht ich gucke mal rein warte mal kurz ich habe auch nichts mehr ich wollte gerade sagen ich habe eine Brandbombe aber ja seine Waffe liegt hier unten ah prima ok dann können wir uns unsere Trophäen gleich holen hast du gut gemacht dann merkst du jetzt zweit irgendwie kann man strategisch besser vorgehen ne ja definitiv so dann gehe ich mal rein und hoffe dass da nicht noch einer drin ist ja ich auch hast du den anderen hier schon geblündet äh ne mach ich das ja mach du mal ich genau so ich habe eine Trophäe ach du scheiße das rausgehen ist aber weit weg auch stimmt ja jetzt hier nur noch so ein Heilungsding ne ne warte mal ich ne ich kann mich auch nicht mehr verbinden ne na gut dann kann man ja hier eine einen Ausgang aussuchen so ah hier gibt es ein Heilungsding ok bist du schon draußen ja ich bin wenn du nicht rauskommt nochmal nachladen hier ordentlich das war ja was ich glaube wir müssen hier lang noch das ist hier rüber kletter endlich ach bin ich schon jo jetzt können wir theoretisch immer geradeaus und dann rechts das war ja mal eine runde mann 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 ja das ist schon aber diese brandbombe war gut dahin geworfen hast du da was das auch immer war oder was angeschossen keine ahnung es hat auf jeden fall deine ecke plötzlich gebrannt ja ich vermute mal dass da noch ein fass war oder so was ich mit entzündet habe das war auf jeden fall sehr gut ich glaube auch dieses ablenken ist ganz geil wenn man zu zweit ist und dann wirklich sagt so baller dummer auf ihn irgendwie und ich komme von anderen richtung dann wird er von zwei seiten beschossen was kann mehr wohin soll ja ja so kann man sich dann auch von der seite zum beispiel wie vorhin mit dem mit der dynamit stange einfach anschleichen und dann an so ein ding reinwerfen gespannt ob man auf irgendwem treffen oder ich würde sagen wir sind jetzt allein aber wir haben ja nicht zu sicher ich mache ich sagen und dann genau warum müssen eigentlich eine trophäe blau und eine weiß ich weiß nicht aber du hast auch eine aufgenommen vielleicht welches bei dir weiß also die da ist ja die linke ist bei mir weiß da steht dann 100 und die rechte ist blau und auch weiß irgendwie bei mir auch aber ich kann auch ich habe auf jeden fall diese super sicht da hier hast du bestimmt auch wenn er habe ich noch so zwei stück habe ich noch vielleicht sagt er mal nur den eigenen die eigene trophäe an die man aufgesammelt hat das kann sein wir kommen jetzt mehr ich so auf jeden fall gegner glaube ich oder und damit ich lade mal meine genau ich lade meine auch mal nach hier meine schalldämpfer waffe aber eigentlich da kann er sein wenn da so viele zündlich zum herum sind sie gut aus ich glaube hier können wir auch bleiben ich habe auch ein verbandszeug wo habe ich das denn hier was so du hast den typen geplündert oder ach stimmt hast recht ja ja vielleicht der wird hier wahrscheinlich das übergelassen ja und die nächste runde geschafft sehr geil nicht schlecht